Auf dem roten Teppich überrascht Fürstin Scharlene nun mit einem umwerfenden Solo-Auftritt. Die Frau von Fürst Albert machte auch ohne ihren Gatten jetzt eine Hammerfigur und wirkte selten unbeschwert. Am gestrigen Dienstag, den 20. Juni, zog Scharlene von Monaco alle Blicke auf sich. Sie war der heimliche Star des Abends, als sie elegant über den roten Teppich der Golden Nymph Awards schritt und das ganz ohne Ehemann Fürst Albert. Im Rahmen des 62. Monte Carlo Television Festivals in Monaco überreichte die einstige Profischwimmerin Preise und gratulierte den Gewinnern. Dabei wirkte sie selten glücklich. Fürstin Scharlene Fühlt sie sich ohne Gattenfürst Albert wohler? Der Solo-Auftritt bei den Golden Nymph Awards scheint Scharlene von Monaco sichtlich Spaß gemacht zu haben. Die Zwillings-Mama präsentiert sich in einem dunklen, ärmellosen Abendkleid mit Hemdkragen, V-Ausschnitt und prunkvollem Schmuck. Dazu entschied sie sich für dezentes Make-up und ließ ihre neue, braune Haarpracht im Pixie-Look für sich sprechen. Doch eine Sache stach besonders ins Auge, das Lächeln auf ihren Lippen. Während sich die monigassische Fürstin in letzter Zeit bei Auftritten an der Seite ihres Mannes Fürst Albert eher mit Trübsalblasender Miene zeigte, schien sie das alleinige Rampenlicht bei der Verleihung mehr zu genießen. Möglicherweise auch, weil sie diesmal nicht einer von Alberts Ex-Frauen über den Weg laufen musste.